Hi, ich bin Lara-Christin. Am 10. April 2015 wurde ich mit Multiple Sklerose diagnostiziert. Ich wünsche es wieder. Heute möchte ich mit euch über MS reden, über Multiple Sklerose. Wenige Monate später und mit meiner Basis-Therapie Copaxone im Gepäck zog ich los, um Asien zu entdecken. Mittlerweile sind fast 2 Jahre und 10 Länder vergangen und es hat sich nicht wirklich viel verändert. Ach ja, eines hat sich doch geändert. Ich spritze jetzt Playgritty. Mehr denn je höre ich auf mein Herz und erfülle mir meine Träume. Gerade und auch wegen der MS. Auf diesem Kanal nehme ich dich mit auf meine verrückten, turbulenten und ziemlich asiatischen Reise durchs Leben. Kommst du mit? 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 Vielen Dank.